Na, weiter geht's jetzt natürlich mit der Auflösung. Kriegen wir jetzt endlich unsere Würmer aus dem Gehirn raus? Oder bleiben sie noch drin? Gucken wir mal, was die Droide denn jetzt so kann. Danke euch! Wir nehmen natürlich jegliche Hilfe an. Natürlich. Ah, irgendwelche Symptome? Naja, wir können alle miteinander irgendwie quatschen darüber. Ganz eigenartig, ey. Ich kann den Verstand mit anderen Infizierten verbinden. Ja, Mann. Eingefangen, Alter, wurde uns eingesetzt. Durchs Auge. Entführt und infiziert. Tja. Ihr seid mit mir, also ich bin mit dir. Du bist gefährlich. Wenn du hier transformierst, dann sind wir alle tot. Aber du seien wie ein gutes Sein. Du wirst eine Chance, um dich zu retten. Dass ihr euch selbst beendet. Ich dachte, ihr könnt mich heilen. Was ist da jetzt mit dem Zweig, Alter? Stech mir das Ding noch ins Hirn. Was ist da? Ja. Was ist da? Was ist da? In case ich nicht zufrieden, ich habe keine Reden. Ich habe keine Sorge. Nur eine Reine. Ich bin sorry für mich zu dir. Aber ich musste sich sicher sein, dass du nicht eine Bedrohung bist. Alter. I swear. Naja, weil wir alle abgestürzt sind. Ja, erschreckend. Welche Veränderungen uns erwarten. Sieben grausige Tage später. Wir haben schon einen vertrödelt. Könnte eine gute Nachricht sein, ne? Ja. Ja. Siehste, also wieder der nächste Part. Wir müssen zu den Goblins, aus mehreren Gründen jetzt schon. Klingt gut, Alter. Nächster Grund. Wir müssen den Oberbabbo von den Druidenhaien finden. Oder befreien von den Goblins. All I can say for sure, is the all went to the old temple of Saluna. Und Master Halston didn't make it back. Good luck out there. And if things start to go bad, remember the oath you swore. Alter. Yo, ich bin gleich da. Ich muss noch mal schnell. Was klauen. Hehehe. Ausgezeichnet. Parasiten Exemplar. Tagebücher von ihm. Notizen. Ich nehme hier alles mit, Alter. Na gut, vielleicht nicht alles, oder? Das ist ja wirklich Crap. Steht ein Preis dran hier, ne? Ein Brief. Rune des Bären. Loll. Here we go. Noch so eine Rune. Noch eine. Oh ne, hier fehlt eine. Oh, hier fehlt eine. Oh, hier fehlt eine. Oh, Zaubersprüche. Schriftrollen mit Zaubersprüchen. Ah, ich kann nicht alle Bücher mitnehmen, ey. Ich bin gleich bestimmt komplett überladen. Aber, wenn es hier ein paar Sprüche gibt, ist das doch schon mal ganz gut, ey. Pssst. Ja, ja. Ich sammle hier alles ein und dann sind wir hier weg. Zielpunkt nicht erreichbar. Das ist interessant. Interessant. Siehst du, hier ist eine Steinplatte und die machen wir vielleicht hier durch auf. Hier sind vier solche Rune des Adlers. Bären, Elch und einer fehlt ja noch. Ist da nichts drin? Doch. Siehste. Nächsten Zauberspruch. So, dann haben wir doch gleich alles. Ähm. Eulenbärsichtung. Barbar. Region. Mehrmal. Blablabla. Okay. Irgendwelche. Irgendwelche Infos. Irgendwelche Sprüche. Mehr Pilze. Jawohl. Okay. Breathe deep. Ja, also uns fehlt jetzt hier natürlich ein so ein Ding. Steintafeln. Okay, offensichtlich die verkehrten. Und hier liegen auch nirgends wo Steintafeln rum. Oder lag hier draußen irgendwo eine Steintafel, die man so nicht weiter beachtet hat. Über Gegengifte, das sollte ich mal mitnehmen. Das ist das Rezept, das mich mal anders fand, meine Notiz zu veröffentlichen. Salz aus erforderlicher Extrakte. Salz. Ich weiß, weißt du was, das nehmen wir einfach mal mit. Kann ich das mitnehmen? Das ist Alchemie nicht. Zubereitung so. Ah, 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 ah. Hm. Vielleicht weiß er das jetzt hier, weil er es gelesen hat. Okay. Alles klar. Los geht es. Wir können hier gerade noch nicht wirklich viel machen. Und wir müssen den Oberbabu der Druiden finden. Das wird ja wild, ey. Und was ich mich beim letzten Mal ja schon gefragt habe. Warum, warte mal. Warum und wieso kann man hier drüber schleichen vom Eingang aus und hier irgendwie runter hüpfen? Hm. Ist hier was Besonderes? Nein, ne? Jetzt fange ich hier fest. Oh, warte, hier ist nochmal so eine Tafel. Mit der Geschichte. Nicht schlecht. Äh, er sieht einfach aus mit seinen Gesichtern, ne? Ja, er hat jetzt auf jeden Fall jede Menge Story zu diesem ganzen Tempel hier. Oh, wait, da ist noch eins. Hatte ich das nicht schon? Ich hatte das schon. Ich dachte, ich wäre auf der anderen Seite. Okay. Okay. Oh, warte mal. Inspiriert. Drücke P. Inspiriert. Inspiration. Inspiration. Nicht bei meiner Wache. Inspiration. Okay. Trotzdem irgendwie eigenartig. Aber, wie auch immer. Lol. Wait a minute. Kann man da unten rein? Die Frage ist, soll man da unten rein? Vielleicht nicht. Aber es sieht auch nicht wirklich nach Wegen aus, ne? Weiter runter komme ich leider nicht. Hmm. Tja, vielleicht kann man hier einfach reinschleichen, hier drüber. Und an den ganzen Leuten vorbei. Aber was das für einen Sinn hat, ich weiß es im Moment noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Wir gehen erstmal raus. So. Und jetzt heißt es, zusammenpacken, heilen, alle Spells ready machen, wenn es geht. Und den Oberbabbo hier von dem Heiden finden, den Oberdruiden. Glänzender Schlüssel und Gold. Hey Vogel. Was ist da noch? Vergrößerungsglas. Was er hier alles klaut, der Vogel? Ich klau es dir einfach wieder zurück. Schau mal eine an, er. Das liegt bei ihm hier rum. Und ich kann es aufheben. Hier ist noch ein bisschen Wasser. Sag mal, darf ich hier rein oder was? Ich dachte schon, ich kriege hier gleich irgendwie ein Idol von. Wahrscheinlich darf ich das nicht angrapschen, sonst werden die bestimmt richtig wild, ey. So, was war hier? Hier ist ein Hebel. Den werden wir natürlich verwenden. Erstmal speichern. Und dann wird hier natürlich abgehebelt. Ah, weil er da drauf liegt. Ja. Kriegen wir ihn dann irgendwie weg? Moinsinn. Mit Tieren umgehen. Vorsichtig anstupsen. Weisheitslevel. Eine 10. Komm, Alter. Ja. Sehr schön. Na, na. Steh mal lieber auf, Teddybär. Grumpf. Siehste, Feini. gibt es denn wieder eingepennt? Oh, wait. Hier geht es auch noch herunter, ne? Alter, hier geht's auch noch runter, irgendwie. Wait a minute, da geht's rauf. Alter, wie verschachtelt das überall ist, ne? Aber hier geht's auch irgendwie runter. Direkt nochmal speichern. Ist da was zu sehen? Nö, ne? Oh, ich bin immer noch nicht, ich bin immer noch nicht. Ich muss gleich auf jeden Fall mal irgendwie rasten, ne? Ja, was ist denn jetzt hier seine Mission? Mit, da kann ich jetzt nicht mit Tieren umgehen. Hat sie denn hier den Skill? Irgendwas mit Tieren? Bezaubern, eine Person, Abbild beschwören und Tote vertreiben. Hm. Okay, ist aber auch nichts, ne? Oder ist hier irgendwo was zu sehen? Oh, hier ist noch so ein Schiffswrack. Aber so erst mal nichts zu sehen. Dass da was ist. Oha. Nö. Gut. Also, dann erst mal... Oh doch, hier ist eine Kiste. Uh, da ist eine Kiste. Nicht erreichbar. Du kannst doch bestimmt springen, Alter. Und wie er hüpfen kann. Alter, 180 Gold? Okay, das war richtig nice. Das war ja richtig nice. 180 Gold. Wir haben unseren ganzen Krempel verkauft. Das waren irgendwie 150 Gold. Abgrund, Abgrund, Abgrund. Okay. Ja, sehr, sehr cool. Das hat sich doch gelohnt. Äh, wieder hüpfen. Hep. So, zack, zack. Alle hinterher. Ach guck mal, er fängt hier einfach nur Fische. Jo, mach mal, Alter. Er boxt da ins Wasser und, äh... Grabbt sich die Fische. Cool. Sehr, sehr, sehr cool. Ähm... Ich glaube, ich gehe einmal kurz zurück hier zu den Eltern von dem... Von dem Mädel. Das hatten wir ja beim letzten Mal gerettet. Und dann holen wir uns hier mal irgendwie... Eine Belohnung ab. Na echt, ey, nerv mal nicht rum. Ähm... Passt schon. Äh... Äh... Hätte Böse enden können. Behaltet sie im Auge. Ja, einfach gechillt, Alter. Siehste, wir haben sogar eine Belohnung gekriegt. Im Inventar anzeigen. Tanzende Lichter. Zaubertrick. Kriegt hier die, äh... Oh, wir haben hier fast alle Level up. Bekommt, ähm... Sie. Sie hat, glaube ich, schon eine Halskette. Aber jetzt kriegt sie eine richtige. Warum fehlen ihr denn noch Skillpunkte? Warum fehlen ihr denn noch was? Fürs Level up. Irgendwo hat sie Skillpunkte nicht abbekommen, ne? So. Weiter geht's. Die Senke. Oh, hier gibt's so Sachen. Hier ist ein Loch. Da gibt's eine Leiter nach unten. Okay. Der Mathis ist hier so am Winken. Halt deine Hand, Herr. Lass mich dir etwas zeigen. Geh' auf. Geh' diesen Ring. Es ist Glück. Nimm es. Hör oder Hör. Warte, ab geht. Hör. Siehst du? Das ist der Art, der du von einer meiner Glückwunschung bekommst. Ich habe mehr, wo der König ist. Ich habe mehr, wo der König ist. Ich habe mehr, wo der König ist. Interessiert? Ein einziger Münzwurm, wo der König ist. Ich habe noch lange nichts. Okay, fair. Let's go again. Heads or tails? Call it. We have heads. There. Happy? Ja, ich habe einen kostenlosen Ring. Hey, hold on. You gotta pay for that. Wie, wieso denn? Du hast ihn mir doch gegeben, Alter. You got it. One sec. Nee. That's what I got. Rettungswurf. Oh je. Ich hatte irgendeinen Rettungswurf. Ich habe nicht gesehen, was es war. Aber der hat hier voll die Sachen, ey. Schweineköpfe. Diebeswerkzeuger. Das nehmen wir nochmal mit. Kann man nie genug haben. Ring der totalen Unsichtbarkeit. Alter. Färbemittel. Brauche ich Färbemittel? Also wenn ich mal welche brauche, dann weiß ich wo. Alter, der hat 150 Ocken rumliegen, der Lümmel. Dem verkaufen wir erstmal ein paar olle Bücher. Guck mal, so ein Buch bringt sechs. Alter, so ein Buch. Ich sollte mal alle Bücher mitnehmen, ey. Einfach die ganzen Bücher hier verhökern. Schon 60 Tacken für so ein paar olle Bücher, ey. Nicht schlecht. So. Kriegst du noch eine Feder. Und einen Hammer kriegst du auch noch. Und eine Pfeife kriegst du noch. Und Vergrößerungsglas. Verwendet das Meißel-Set. Untersuchen. Hat sowas irgendwie einen Sinn und Zweck? Oder ist das einfach nur Random-Deko im Game? Wenn man das wüsste, ne? Hier ein bisschen Weizen. Und dann kriegst du noch schön ein paar Waffen, Alter. Ich finde immer, Kinder sollten schön mit Waffen spielen. Bäm. Und Bäm. Bäm. Und Bäm. Hier von jedem eins, Alter. Damit ich mal ein bisschen Platz hab in den Taschen. So, wie sieht das nur aus hier? Tauschen. Perfekt. Aus der Rhine. Kleine... Bewegung hinter dir. Bürschchen. Motivation erkennen. Athletisch. Ihr Theater ignorieren und sie packen. Gedanken wahrnehmen ist auf Weisheit. Ihre Gedanken lesen. Ich glaub, auf Weisheit hab ich am meisten Punkte. Nur 10. Komm, 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 komm. Schade. Ich hätt's gern gewusst. Kann ich nochmal? Dreck nochmal. Komm, 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 komm. 15, jawohl. Hand in deiner Tasche. Hand in deiner Tasche. Du siehst ihre Hand in deiner Tasche. Und Scham in ihrem Herzen. Ich kann das nicht mehr. Die Lümmelz, Alter. Dein Partner ist eine Lüge. Ja, ich weiß. Gib mir eines mal von deiner Beute. Ja, ich bin nicht so gut an counten, aber ich denke, dass jeder Percentage von Zero ist Zero. Hahahaha. 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 Oh, wieder so'n Schnacker, ey. Hahahaha. Voll gut, ey. So, ihr Lümmels. jetzt müssen wir mal eben hier runter rennen ich will gucken was das da für ein loch ist wahrnehmung erfolgreich ihr habt ein loch entdeckt naja dann speichern und angrabschen alter zack verschwunden alter wir sind voll in der höhle gelandet wait a minute da stehen so lümmels rum alter das geht hier übelst weit noch ja krass 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 dann kommt ihr auch mit runter oder wenn man nicht so schlecht oder ich will ja hier nicht alleine runter rein röpfen so komm kann ich genutzt werden lol sind die zu groß die sind zu groß selbstverkleinerung verkleidung steht auch die sind zu groß wait a minute wie cool das heißt ich muss da jetzt im solo allein okay vielleicht soll ich schleichen attention irgendwo ist da was was mich hier auch schon hätte sehen können moll okay carefully okay jetzt auch schnell oh da sind noch welche speichern lol alter taschendiebstahl bei kleinen kindern teilweise genau auch wo Alter, die hat einfach 200 Gold in den Taschen. Ich beklau die Kinder einfach gnadenlos, ey. Was sind das, Weisenkinder, oder was? Hey, deep, deep, deep. Alter, das mit dem Taschendiebstahl ist aber auch auf einem anderen Level wild, ey. Die können ja nichts machen, was machen die denn? Ich meine, was soll ich denn machen? Auch wenn die jetzt hier hinten hinrennen. Die machen ja nichts. Hey, come on, Alter, ich bin grad zu dir hingerannt. Hui, eine Kiste. Schild mitnehmen. Beutel, was auch immer. Alles mitnehmen. Teller brauchen wir nicht. Kiste, auch nicht. Ölflasche. Ja, Ölflasche nehme ich mal mit. Konnte man Öl nicht auch mal anzünden, oder so? Beutel. Ah, aufpassen, wir sind da mitten in der Sicht. Also, ich bin mir grad nicht so ganz sicher, was die hier, äh, was die hier machen. Die meckern nicht. Die reden auch gerade nicht mit mir. Und ich kann die entspannt gerade beklauen, was, äh, ein bisschen schlechtes Gewissen. Also, ich kann die einfach komplett beklauen, äh, was passiert, wenn das Fehl schlägt? Hilfe, ein Dieb! Ich quatsch die jetzt mal an. Dreck mal hinterher rennen. Oh, da haben meine kurzen Beine, ne? Hallo! Gerne doch, ich hab ja, äh, deine ganzen Taschen gerade leer gemacht. Warum die ganze Gaunerei-Schwindelei? Wir sparen uns für ein besseres Versteck. Warum? Du planst mir, dass Stehlen falsch ist? Nein, ich will dir das nicht beibringen, dass Stehlen falsch ist. Ähm, das ist immer die Frage, wen man bestehlt. Ähm, ganz im Gegenteil, ich will die neue Diebesgilde investieren. Ja, cool, ey. Einfach mal 200, äh, 200 geklaut und 20 investiert. Ehre. So, was haben wir jetzt hier noch? Hier ist eine Kiste, Alter, wie soll ich denn da hinkommen? Das kann ich nicht springen. Oder? Ne, 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 Bürschchen. Das kannst du mal voll knicken, Alter. Das kannst du mal voll knicken. Hm, abbrechen. Wie kann man denn da hinkommen? Gibt es hier einen Weg drüber? Oder drunter? Oder an der Seite? Oder von hier aus oben? Oh, das ist ja tricky. Jetzt will man es natürlich umso mehr, ne? Okay, aufpassen, nicht runterfallen. Tja, als Mage könnte man das vielleicht irgendwie grabben oder sowas. Springen. Ich kann da hinspringen. Und von da aus komme ich aber nicht weiter. Ne, leider nicht zu leider nicht zu bekommen für mich. Vielleicht irgendwann mal, aber im Moment noch nicht. Jetzt ist hier nochmal ein Weg nach oben. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Und wir gucken einfach mal. Oh! Ah, es war ein Schalter, ein Seil. Für eine Leider. Sehr cool. Und dann stehen wir auch direkt hier an dieser Karre. Ja, cool. Verborgene Luke. Jetzt können wir aber auch das Team hier wieder zusammenfügen. Die können mal jetzt hier herkommen. Von da hinten. Ja, richtig, richtig cool. Wir müssten uns heilen. Wir müssten uns heilen. Wir müssten schlafen. Wir müssen regenerieren. Cool wäre, wenn sie hier noch eben, die Klerikerin, noch eben Level up machen könnte. Damit alle zumindest auf dem gleichen Level sind. Guck mal, sie hat doch bestimmt gleich Level up. Aktuell Erfahrung. Erforderliche Erfahrung bis zum Stufenaufstieg 4. Ritualstab. So. Damit haben wir alles. Wir haben hier jetzt fast 900 Gold schon zusammen. Das ist schon richtig, richtig nice. Aber ich bin auch schon halb beladen. So. Was haben wir jetzt hier unten noch? Ist hier noch irgendwo was? Was denn, was denn, was denn? Aber mal ohne Scheiß, ne? Gute Verneigung, Alter. Wie sie geil arschig ist. Oh, Alter. Ich überlege aber, ob ich sie tausche gegen den anderen. Wobei, so ein Nahkämpfer ist schon schlecht, ne? Hm. Alter Fall da. Guck mal, jetzt haben wir aber alle Level up bekommen. Jetzt will sie kurz quatschen. Ich hab' ein Händchen für Verhöre. Okay, 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 okay. Joa. Hehe, ihr habt Tieflik gesagt. Ich könnte sie jetzt die ganze Zeit, oh Mann, ey. Ich könnte sie jetzt die ganze Zeit fertig machen. Nein, nein, nein. Es heißt Verruhnt. Tschüss. Alter, sie ist ein wenig pisst. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. So. Haben wir hier was? Oh, wait. Ne, hier können wir nicht rein. Ich wollte gerade sagen, was ist hier unten für ein Krach? Joa, Schmiede und so Sachen, das könnten wir höchstens, oh, da ist er ja am klauen, oder was? Das könnten wir höchstens, ähm, zum Aufwerten irgendwann mal machen. Oder zum, aber ich muss rasten dringend, ne? Oh, Alter, was ist hier? Ja, schießt mir hier nicht eure Hände zittern. Alter. Hör mal zu, Fräulein Jehn. Hau ab. Einschüchtern, überzeugen, überzeugen, Gedanken wahrnehmen, Gedanken, das geht wieder über Weisheit, ich probiere es. Zwölf ist jetzt nicht so wenig, äh. Mh, ich kann deine Gedanken ungefähr gar nicht lesen, wir probieren es nochmal, äh, Marmelade. Äh, äh. Okay, das wird nix, äh. stopp it, get out of my head. I'm gonna buy the heads of your kids, and your birdies, and your dogs. Uh, Alter, jetzt sind die pissed? Wait a minute. Aber ich hoffe doch nicht der gesamte, der gesamte Saal hier, oder? Okay, wir machen als erstes den Schubser dahin. Und was machen wir als nächstes? Durchborender Schlag. Zwei Züge Blutung. viel geschlagen, das ist schlecht. Ja. Okay, sie ist dran. Ähm. Oh, wir haben so wenig Sachen gerade zur Auswahl, ne? Wir haben so wenig Sachen zur Auswahl. Vor allem steht sie jetzt da ganz hinten. Resistenzen. Ein Bonus auf. Nicht erreichbar. Göttliche Führung. Nicht erreichbar. Alter, du bist hier hinten gerade überhaupt für nichts nutzt, ey. Was können wir hier machen? Nochmal auf Resistenzen. Geht nicht. Heilige Flamme. Geht. Okay. Komm ich nicht durch. Next. Okay, sie ist da. Sie kann Sturmangriff machen. Rettungswurf, Sturmangriff. Er hat keine Waffe in der Hand, ne? Er will, glaube ich, auch nicht wirklich. Ähm, er kann auch schmieren. Bedeckt den Boden mit Fett. Kreaturen drauf verlangsamen. Wirklicherweise stürzen. Und liegen. So würden die beiden getroffen und ich nicht. so. Und next. Sie wollte fliehen. Hat deswegen den... Oh. Oh, er hat richtig hart gekriegt. Sie wollte fliehen. Er ist, ähm, er hat die, die Initiative ergriffen und zugestochen. So, wer ist jetzt dran? Er ist dran. Hinterhältiger Angriff. Oh, fuck. Gleicher Fehler, den er gemacht hat. heilige Flamme. Rettungswurf gegen heilige Flamme. Hack drauf. Und umschubsen. in den Schleim rein. Das ist leider ein wenig eskaliert. Ich sage dir. Wait, kann ich den Schleim anzünden? Ich muss erst mal die da hinten kaputt machen, ja. Wieder fehlgeschlagen. Du bist aber schlecht, einen. Na, zwar schon ein bisschen in Deckung hüpfen. Oh mein Gott, wie sieht abgeht, ja. Aber die Heilerin ist in der Nähe. hier. So. Jetzt ist er dran. und wir machen der Schuss war gut. Sie ist dran. Kann sie heilen? aufhelfen kann sie. Das hat alles Cooldown. Ich kann es alles nicht verwenden. Rolle des Wiederbelebens. Haben wir irgendwas im Inventar? Alchemiebeutel. Tja. Schwierig für dich. Ich werde mal versuchen, ihn aufzuhelfen. Auch deine Kälte sind bohren. Okay, das alleine hilft schon. Das alleine hilft schon. Dann hat er einen Lebenspunkt. Ich hoffe nicht, dass er jetzt irgendwie wieder getroffen wird. Er kann, glaube ich, auch nichts machen jetzt, ne? Doch, er kann einen Heilpott nehmen. Und der war gar nicht so schlecht, der Heilpott. Alter, sie ist aber, sie ist aber, sie ist aber hart drauf, ey. fehlgeschlagen, come on. So, kann sie noch was machen? Heilige Flamme. Bestimmt nicht hier hin, ne? Außerdem hat sie gerade schon widerstanden. jetzt ist sie hingefallen. Really? Willie ist nicht einverstanden. Gale? Wer war Willi? Ach, der Willi, das ist der, der ist in der Base. Ah. Ah. Okay. So, komm. Er quatscht hier mal stundenlang, Alter. Jedenfalls. Dankeschön. Was geschah dann? Nein, nein, nein. Dein ist wirklich die Situation. Ich stand da und schelte, Schädenkirche für alle. Die Leute erzutelte. Die Tension erzutelte in fünf, Alter, du bist ein Schnacker, ey. Ja. Die olle Armbrust, Alter, Fall da. Und ein Taschentuch. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Und der Trottel hat einfach nur eine olle Kartoffel dabei und fängt an zu kämpfen. Das kannst du dir aber auch nicht ausdenken, ey. Was hast du mit meinem Kabel verbringst? Es ist zu late, dass Freunde mich verbringst. Meine Tremien kommen. Sie werden diesen schönen Ort für die Glorie der Absoluten und dich bei deinen Garten. der Magier die Göttin. Die Göttin. Klingt interessant. Eine allmächtige Göttin, die euch nicht aus dem Käfig befreien kann. Vielleicht hat sie dich, um mir zu helfen. Und du wirst. Wenn du deine Haut schützen willst. Und wenn die Knie ein paar Arten in uns auf der Weg raus raus stecken, nicht mehr. Die Priestess Göttin wird uns verbringst. Sie hat einen Lapps gekämpft. Sie hat Potionen, die unsere Lapps nicht mehr wie viel sie nehmen. Sie können wahrscheinlich Ja. Okay, da ist auch nichts drin. Oh, hier geht es wieder weiter. Gucken wir nochmal, eben hier sind ein paar Fässer. Klimbim. Silberglas. Alles klar. Schlossknacken. Sollte doch klappen, Alter. Nur eine 10. Alter, einfaches Schloss. 10. So. Gehen wir. Folgt mir, ich beschütze euch. Jetzt haben wir tatsächlich... ...ne Goblin-Frau dabei, Alter. Jetzt wird es aber wild, ey. Und ich glaube nicht, dass wir mit der durch die City laufen sollten. Oh, wait. Hier sind noch so Sachen. Oh. Oh, wait, 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 wait. Wo sind wir, wo kommen wir denn hier hin? Und hier geht es nochmal weiter runter. Und kann man hier rum? Hier kann man bestimmt rum. Hier kann man bestimmt rum, Schlafsack. Aber hier kann man bestimmt nur rum. Oder hier geht man bestimmt rum, wenn man das alles irgendwie skippen will oder so. Oder man kann nicht Schloss knacken. Aber ich kann ja Schloss knacken. Nicht erreichbar. Ich kann nicht Schloss knacken. Wait a minute. Was ist das für ein Special Schloss, dass ich das nicht knacken kann? Okay, dann müssen wir ja hier runter. Wie gesagt, durch die City können wir nicht gehen mit der... Können wir hier hüpfen? Ja. Oder? App. Wahrnehmung fehlgeschlagen. Oh, oh. Oh, da. Oh. Steintür. Okay, da müssen wir rein. Da müssen wir rein, oder? Ja, warte denn jetzt. Jetzt bin ich aber hier wieder hin und her geschmissen. Jetzt bin ich schon drin. Alter, jetzt bin ich ja hin und her geschmissen. Hier ist die Rune des Bären. Hier sind auf jeden Fall schon mal Goblins. Jetzt ist es natürlich so ein Ding. Renne ich mit ihr dahin? Nachher verbünden die sich. Und dann? Wächterstatur. Oh, die klingt... Die sieht aber böse aus, oder? Oder gehe ich zurück? Ich würde sagen, wir gucken erst mal hier rein. Aber zurück müsste ich eigentlich auch. Er ist schon ganz ungeduldig, Alter. Na ja, wenn er doch so ungeduldig ist, würde ich sagen, machen wir einfach beim nächsten Mal weiter Geduldstraining und so Sachen. Also, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.